Ein paar timide Leute, die Angst haben, werden euch neue und verrückte Namen geben, für was wir tun. Manchmal werden sie es Faschismus und manchmal Kommunismus. Aber in so doing, versuchen sie es sehr komplex und theoretisch zu machen. Das ist etwas, das wirklich sehr einfach und sehr praktisch ist. In einem freien und geeinten Europa, ein freies und geeintes Deutschland. Wir werden in den Wald, in den Straßen, in den Straßen und in den Straßen. Wir werden in den Straßen kämpfen, wir werden in den Straßen kämpfen, wir werden niemals zurückkehren. Wir werden nicht zurückkehren. Ein soler Kuba, für ein soler Paterie. Wir wählen, zu gehen auf die Moon in dieser Zeitung und zu machen, die andere Dinge. Wir werden in den Straßen kämpfen, nicht weil sie einfach sind, sondern weil sie schwer sind. Ich mich als Soldat, als Soldat der Frieden. Wir haben in den Straßen kämpfen, wir haben in den Straßen kämpfen, und wir werden in den Straßen kämpfen, in den Straßen kämpfen. Das erste Wettbewerb, diese ersten Institutionen supranationale, ist Europa, die beginnt zu unen. Wir werden in den Straßen kämpfen, in den Straßen kämpfen, in den Straßen kämpfen. Ein kurzer Zeit, ein amerikaner Flugzeug ausgericht hat eine Bombe auf Hiroshima. Die 9er Worte der englischsten Worte sind, I'm from the government and I'm here to help. I declare before you all, my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. And here's a part of my hands is an me. And here's a totaled reed. Oh baby, yeah. Oh baby, oh baby. Hey, yeah. Oh, wait down, we go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017